Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu diesem Part Nr. 21 vom Hogwarts Legacy. Und es ist soweit, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, wisst ihr, ich nehme das vorab schon auf, weil ich ja auf Urlaub bin. Ja, und zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme, ist der Day One Patch gerade rausgekommen, also gerade das erste Update. Ja, das ist lange her für euch, ich weiß. Aber das bedeutet, es wurden Bugs gefixt, es wurden Performance-Probleme gefixt. Wir haben die ja auch schon gesehen bei Professor Figg zum Beispiel, der geflattert hat. Und auch bei Professor Hackett und Garlick, die einfach durch die Wand, also in die Wand gelaufen sind und gegen die Wand gelaufen sind. Aber das sollte jetzt soweit mal behoben sein, beziehungsweise die meisten Fehler auf jeden Fall. Die haben uns aber auch nicht großartig gestört. Also ich fand im Early Access, war das Spiel auf jeden Fall schon fertig und spielbar. Es war eine wunderbare Experience bis jetzt und jetzt freue ich mich drauf, dass es nur noch besser werden kann. Und wir starten heute rein. Ich habe auch ein neues Outfit angezogen. Ich habe endlich Hosen, Leute. Ich habe endlich Hosen bekommen und ich bin glücklich, auch wenn das Outfit rot ist. Aber es ist egal. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß bei diesem Part. Wir legen los. Let's go! Ich bin ja eh weiterhin auch blau angezogen. Also seht ihr ja, dass ich Ravenclaw bin. Und hier haben wir jetzt meinen Charakter mit endlich Hosen an. Guckt euch das an. Ist das nicht wunderbar? Ich habe endlich Hosen an. Ich weiß nicht, wieso ich das bevorzuge, aber ich habe halt im echten Leben auch eigentlich nie Röcke an oder Kleider. Deswegen, ich liebe das einfach und das, man kann sich auch besser drin bewegen. Es ist einfach so. Das ist einfach wunderbar. So, und wir gucken natürlich gleich mal nach, was wir heute so machen werden. Ich habe nämlich noch gar keinen Plan. Wir haben das noch hier verschlossen. Lerne die Pulse von Professor Schaap. Na, dann werden wir das auf jeden Fall aber gleich machen. Zaubertränke. Oh ja, der nächste Zaubertränke-Unterricht steht an. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Da werden wir natürlich direkt hinreisen. Eulenpost haben wir auch bekommen. Nee, oder? Nee, haben wir schon vorgelesen. Das passt alles. Aufträge. Die haben wir gerade angeguckt. Talente. Wir können wieder Talente-Punkte vergeben. Und ich habe echt einen Wunsch. Und zwar möchte ich einen weiteren... Genau. Hier. Einen weiteren haben. Das ist mehr als notwendig. Weil ich habe jetzt mittlerweile so viele Sprüche. Ich könnte eigentlich direkt auch den vierten hier freischalten. Wieso nicht? Brauche ich sowieso. Und was haben wir hier? Reveglio beherrschen. Erhöhlt die Reichweite von Reveglio. Ist jetzt zwar nicht so notwendig, aber ich gucke mal hier. Wenn du einen Zauberer mit einem perfekt abgestimmten Protego blockst, sendest du zwei Projektile zurück auf deinen Gegner. Das ist cool. Das ist cool. Das hilft unserem Kampf auf jeden Fall. Gut. Ja. Dann können wir hier noch kurz alles richten. Obwohl... Ich lerne jetzt mal die Pulse und dann können wir das Neue hier machen. Weil die Pulse ist, glaube ich, ein... Ein... Ne, das hier. Der hier. Ein lila. Wer viele Arten von Objekten und Gegner mit beachtlicher Kraft abwehrt, sorry. Obwohl es keinen direkten Schaden bei Gegnern verursacht, können Gegner und Objekte gleichermaßen mit zerstörerischen Folgen aufeinander geschleudert werden. Jawohl. Auch nützlich zum Schieben und Drehen von Objekten für verschiedenste Zecke. Sehr, sehr cool. Okay. Das ist auch so ein funktionaler Zauberspruch. Dann gucken wir, dass wir da auf jeden Fall hin Floh flammen werden. Ich weiß, ich habe immer Flohsamen gesagt. Ich hoffe, ihr euch stört es nicht. Für mich sind das immer noch die Flohsamen. So. Einmal direkt hier hin. Und dann haben wir noch einen Zaubertrinke-Unterricht. Und bin gespannt, welchen wir machen werden. Ein Etu-Hut-Rein kam mir ja letztes Mal schon gemacht. Vielleicht lernen wir einen neuen. Das wäre cool. Hallo. Na? Reveglio. Mach hier auch mal Reveglio. Ja, da war die Klingel. Das heißt, hier gibt es was in der Nähe. Könnte sich aber auch auf das Schloss beziehen, oder? Da ist was. Hallo, Professor Scharp. Wie geht's heute? Wie geht's Ihnen? Na? Machen wir Unterricht? Ich kann hier auch einfach braun. Nicht nur im Raum der Wünsche. Das ist cool. Muss ich hier warten, oder kann ich es direkt beginnen? Okay, ich kann direkt hier hingehen. Nee. Kann ich nicht. Das ist nicht der Unterricht. Wann kann ich Unterricht starten? Ah, ich kann die Zeit beschleunigen. Stimmt. Das habe ich ja so noch nie gemacht. Das war ja immer dieser Kreis mit warten. Aber ich kann die Zeit beschleunigen, indem du die Karte öffnest und auf Air drückst. Das ist cool. Das habe ich so noch nie anwenden müssen, weil es immer so ging. Aber das ist richtig praktisch. So, jetzt sind wir soweit. Einfach hier auf dem Boden gechillt. Auf den harten Steinboden. Aber ja. Dürfte anscheinend nicht so ungemütlich sein. Ich finde dieses Outfit herrlich. Wäre cool, wenn das Korsett auch noch blau wäre für meine Ravenclaw. Für mein Ravenclaw-Haus. Aber das, das feiere ich. Richtig. Ich würde das zwar nicht im Real Life so anziehen, aber keine Ahnung. Ich würde das trotzdem tragen und richtig feiern. Vielleicht auf so einem Festival oder so. Wäre richtig genial. Machen wir schon wieder Unsinn? Beziehungsweise der Weasley würde da Unsinn machen. Ja, ja. Gucken wir ihn euch an. Ich sehe es ihm schon an, dass da was passiert heute. Oh. Boah, sieht genial aus. Was ist das? Okay, es ist wieder so wie bei Hackett. Wir sehen kurz einen Ausschnitt vom Unterricht. Und danach bringt er uns was bei. Okay, finde ich okay, dass das so gemacht worden ist. Ich hätte mich schon ein bisschen auch noch auf ein bisschen mehr Unterricht gefreut. Aber ich finde das... Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich finde es okay. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt die Pulso lernen können. Ja! Mal sehen, wie Sie sich machen. Bitte. Ich bitte darum. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Ja, ja, immer. Ah, es ist nicht schwierig. Das war easy. Easy going. Die Pulso. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen... Und das sollten Sie... Das Buch. Ja. Dann nicht mit Ihnen... Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Oh, ja. Uh, cooler Zauber. Ja, ja, ja. Noch dabei, wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. Dankeschön. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr cool. So, ich werde das jetzt mal sortieren. Ich muss mich da natürlich ausprobieren. Hoppala, das wollte ich nicht machen. Ich muss mich da natürlich ausprobieren. Aber ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich nehme einen für den Kampf. Und zwar Expelliarmus und Depulso, das passt so. Ich möchte auch Akio, ich möchte auch Akio da haben und da sehr viele die Schilder von Levioso haben, ist das ganz praktisch. Und dann würde ich hier die Pulso hin machen und vielleicht auch Incendio. Und dann würde ich das hier freilassen für noch mehr Kampf wahrscheinlich. Hier machen wir das mit den Tieren. Ne, nämlich Raum der Wünsche, das ist auch wichtig. Hoppla. Raum der Wünsche. Ja, brauche ich eigentlich gerade gar nicht, dass ich das entferne. Das ist eigentlich wirklich nicht so wichtig. Wichtiger wäre, dass ich vielleicht die auch wo habe. Ich meine, ich habe jetzt E4. Das ist viel. Ja, dann packe ich den hier noch rein. Und damit ich die anderen auch wo habe. So, dann packe ich die hier noch rein. Ich lerne ja noch ganz viele andere Zauber. Ihr seht ja, wie viele hier noch verschlossen sind. Beziehungsweise das sind ja die bösen Zauber. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich werde die eher nicht lernen, wenn ich mich entscheide, eine gute Hexe zu sein. Deswegen glaube ich nicht, dass ich die lernen werde. Aber das werden wir sehen. Vielleicht lernen wir es ja trotzdem, aber wir werden es halt nie anwenden. Ich bin mir nicht sicher, wie das dann gemacht ist. Aber ich bin gespannt, das rauszufinden. So. Kurz warten, damit die Aufgabe hier aufscheint. Oder doch, da ist sie ja schon. Verwandlungen haben wir noch gar nicht gehabt, glaube ich. So, ich frage mich gerade, wieso das hier nicht aufscheint. Aber ich muss wahrscheinlich... Also hier auf der Karte. Was ist denn hier? Geheime Räume. Achso, ja, stimmt. Meine geheime Räume. Ich muss wahrscheinlich hier erstes auswählen. Sprich mit Sirona. Ah, in den drei Besen. Ach, deswegen. Ich muss nach Hogsmeade. Deswegen ist es hier nicht aufgeschehen. Ist ja klar. Auf nach Hogsmeade. Ja. Ach, ich liebe Hogsmeade. Hogsmeade ist so schön gemacht. Und ich weiß, wir haben es noch lange nicht erkundet. Aber das machen wir alles noch. Habt Geduld, Leute. Die Parts gehen immer nur 30 bis 40 Minuten. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ein Hochlandrind. Ich habe sie geliebt, als ich damals in Schottland war. Ich habe so viele Fotos von Hochlandrindern gemacht. Boah, ich habe sie geliebt. Die sind so genial. Und so gutmütig. Und, ah, ich liebe es. Natürlich, Leute, immer Respekt haben vor Kühen. Die können euch töten. Ja. Ich bin mit Kühen aufgewachsen. Ach. Ich mag die Tiere. So, im drei Besen. Oh, wer hat da gerade Feuerwerk gemacht? Ach so, weil da das Geschäft ist, ist ja klar. Serona, wie geht's? Hallo. Schön, Sie zu sehen. Hi. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rockwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Serona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie sie gefunden haben. Das bin ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Freut mich zu hören. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren, seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Aber jetzt sind Sie Freunde. Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, möchte ich mit ihm sprechen. Vor allem über Renrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Renrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jung wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Renrock in Schach zu halten, ist Lodgok ihr Verbündeter. Sehr gut. Was wissen Sie über Renwood? Wissen Sie, woran Renrock und Rookwood gemeinsam arbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Massen Sie sich keine Sorgen. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nichts zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Danke. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ich mag sie voll. Und schön, dass sie uns auch so hilft, voll bereitwillig ist, uns zu helfen, was schön ist. Ja, guck mal, der Laden ist so cool. Ich weiß nicht, ob wir uns den schon mal angeguckt haben. Es ist einfach der Hammer. Oh mein Gott. Guckt euch den Ballon an. Wie witzig. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Okay, alles interaktiv. Oh mein Gott, gruselig. Ah, das ist richtig gruselig. Ich hasse Clowns. Oh, vielleicht solltest du besser aufpassen. Oh. Explodieren ja selber. Gott, die verloren. Guckt mal, der Frosch. Oh Gott. Das ist ja so witzig. Zweiten Stock gibt's auch noch. Ein Niffler! Süß. Wie er mit seinen Schätzen hier jongliert. Da ist auch noch was. Oh, sorry. Ähm. Hier kurz ne Stinkbombe losgelassen. Und da ist auch noch was. Oh. Okay. Gut. Finde ich so witzig, die interaktiven Sachen hier. So, dann gehen wir jetzt weiter. Oh. Hallo. Oh. Er will schlafen, aber guckt uns an, wenn wir hingehen. Oh nein. Wir stören mal besser nicht. Gleichfalls, Amit. Oh, Amit ist da gewesen. So. Ich glaube, ich muss reingehen, ja. Hallo. Oh, da ist was. Oh, ich kenne diesen Ort. Der ist mir beim Startsbruch schon mal angezeigt haben. Ein Demi-Guys? Wo? Hab ich grad gar nicht gesehen. Wo denn? Wo denn? Hä, wo ist denn der Demi-Guys? Ich seh's nicht. Die Fingo. Die Fingo. Okay. Hallo. Ah. Die hat ihn schon gesehen. Okay. Das sollten wir uns merken und in der Nacht wieder herkommen. So, jetzt reden wir auf jeden Fall mal mit dem Kobold. Kann ich bei etwas behilflich sein? Ja. Oh, da ist er voll freundlich. Hallo. Hallo. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Genau. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, damit ich Ihnen einen Schritt voraus sein kann. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Hm. Tja, wenn Sirona Ihnen traut. Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Kobold-Relikt. Es heißt, dass es jetzt in Ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Ich werde das Relikt beenden. Na gut. Ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden. Und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Also, ich habe da schon eine Vermutung, wer die Hexe sein könnte. Ich denke mal, ihr auch, oder? Ich glaube nicht, dass die auf der guten Seite ist. Also die, die auch die Fähigkeiten hatte. Ja, ja, ich glaube, da liegt was dran. So, triff dich beim Grab der Hexe mit Lord Gorg. Ja, aber ich könnte ja jetzt theoretisch vorspulen. Bis zur Nacht oder von der Nacht bis zum Tag schneller vergehen lassen, ja. Weil dann kann ich den Demigais direkt mitnehmen. Du gehörst mir, Demigais. Ja. Schlau muss man sein, Leute. Da sitzen einfach noch dieselben Leute mit demselben Essen. Oder vielleicht hat auch der Kellner Ihnen noch Eis gebracht. Und ich finde die Maiskolben gut. Ich liebe Mais. So, sammeln. Ich finde es sehr cool, dass sie uns den Hinweis gibt, wann ein Demigais in der Nähe ist. Weil dann kann ich einfach immer wieder warten. Oh. Wer hat hier gerade so gestöhnt? Ich kann hier einfach überall runtertrinken. Also, ich finde das ja ein bisschen eklig, aber... Protego, ja. Schutzzauber, gut. Gut aufgepasst in der Schule. Bei Nacht waren wir hier noch nie. Also, schon, aber... ...haben uns hier nicht so ausführlich... Da ist eine Kiste. Zu der gehe ich jetzt mal kurz. Ist das nämlich so eine Augenkiste? Ja, das ist eine Augenkiste. Das wollte ich mit euch mal machen. Und zwar... Ähm... Ach so. Man kann das hier auch anwenden. Dann zieht einen das Auge nicht. Und ich denke mal, man muss das weiter weg machen. So. Das Auge ist skeptisch. Und jetzt? Jetzt nicht. Jetzt hat es uns nicht gesehen. Und jetzt können wir die Truhe öffnen. Voll cool. Also... Ja, ich weiß. Ich habe es lange nicht gecheckt. Und wir bekommen einfach 500 Galleonen dafür. Also, für jede Kiste, denke ich, bekommt ihr 500 Galleonen. Das ist mega viel. Also, falls ihr Geld sucht, macht das. Macht diesen Trick. Einfach euch unsichtbar machen. Dann zur Kiste gehen, damit sie euch nicht sieht. Und dann könnt ihr sie easy öffnen. Einfach mit X. Toll gemacht. Man muss aber erstmal drauf kommen. Man muss erstmal drauf kommen. 500 Galleonen sind natürlich richtig viel. Richtig hilfreich. So, jetzt gehen wir aber zum Grab. Das ist gar nicht mal so weit weg. Da ist auch irgendwas drinnen. Ah, nee. Das sind die Flohsamen. Flohflammen. Uh, da hoch. Da ist die Rübe. Das sind wieder meine Ziegis. Also meine Schafen. Sie sind so süß. Und hier kann man immer erst auf Stufe 3 sogar öffnen. Oha. Muss ich das skillen? Das wäre interessant. Hallo. Oh, mein Zauberstab. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkorts Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit ihnen zu diesem Grabball reise. Da ist wieder sowas von Merlin. Das müssen wir auch machen. Weil das ist ganz wichtig auch für... Damit ich mehr Ausrüstung tragen kann. Damit ich nicht wieder in die Lage komme, wie letztens. Da unten seht ihr auch Gegner. Also Gegner können auch zum Beispiel schon Wilderer sein. Die habe ich letztens im Wald gesehen. Da könnt ihr auch schon gegen Wilderer kämpfen. Die Tiere suchen. Ah, und hier ist es. Das Hexengrab. Ach, ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Oh, Flufflamm. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Ich denke auch. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Ich habe immer Fragen. Wo ist... Was ist so besonders am Helm? Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe. Jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging. Was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Gut. Warum macht Renrock und Rookwood gemeinsame Sache? Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Bestimmt. Irgendeine Vorstellung, auf was ich im Grab stoßen könnte. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Damit kennen wir uns bestens aus. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Auf jeden Fall. Okay. Ich werde hier sehnsüchtig ihre Rücke, aber... No, Moss. Bitte, passen Sie auf. Auf, dass ich sterbe. Wir gehen in die Sammlerhöhle. Seid ihr bereit? Ich auf jeden Fall. Ui, 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 ui. Am besten direkt hier mal Lumos machen. Weil Licht. Ratten sind auch im Start. Reveglio. Oh ja, da werden wir viel finden hier drinnen. Oh nee, nicht schon wieder spinnen, oder? Ich habe jetzt erstmal genug verspinnen. Oh, Montek, komm her. Okay, da fällt noch eine. Oh, da ist sie. Ach, ich darf die nicht weglöcken. Ich darf die hier nicht weglöcken. So, da ist sie. Boah, cool hier. Sieht voll schön aus. Obwohl es so dunkel ist. Rein da. Ui, ui, ui. Cooler Mechanismus. Was? Was ist? Wann das an irgendwelche Rangen? Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Oh Gott. Ich habe Angst, dass hier alles einstürzt. Weiß nicht, kriege ich irgendwas, wenn ich hier alles zerstöre? Ich denke mal nicht. So, hier ist auch noch viel. Waldgrüner Fransenschal mit Schlossmuster. Schön. Die Spinnennetze weisen wieder auf etwas hin, was ich nicht so gerne habe. War es verschüttet? Da ist jemand drinnen gewesen? Herrlich, wenn man hier eingesperrt wird. Ich glaube, das ist richtig angenehm. Nicht. Und... Okay, das sind Gräber. Aber hier war schon jemand. Guck mal. Also... Ähm... Okay. Und da ist eine Motte. Okay. Normalerweise sind Gräber nicht offen. Das heißt, da war schon irgendjemand, der hier schön das Grab geplündert hat. So, das hier ist kaputt. Hier ist eine Mottentür. So, komm mal her, meine Süße. So, da. Und die andere muss irgendwo auch sein, wo es hell ist. Vielleicht muss ich da rein. Sehr gut. Der Pulse, unser neuer Zauberspruch. Und da ist ja... Oh. Natürlich nehmen wir ja alles mit. Mega-Power-Drank. Sehr gut. Ist von Vorteil. Oh, für jeden Fall. Genial. Also die Orte, die wir hier in dem Spiel entdecken. Eino, nur der Hammer. Ich fühle mich nicht wohl dabei, auf den Gräbern rumzulaufen, aber gut. Wieso habe ich auch das Gefühl? Oh ja, das sind sie. Oh mein Gott. Ah, das sind so halbtote Zombies. Inferi müssen mit Feuerzaubern getroffen werden, um sie für andere Angriffe verwundbar zu machen. Gehen das Sammlungsmenü, um mehr über die Schwachstellen der Gegner zu erfahren. Äh, ja. Alles klar. Okay. Ich werde einfach immer wieder die umstellen müssen. Meine, ähm... Zauber. Und zwar werde ich jetzt hier den hier anwenden, weil ihr wisst ja, die brauchen ja kurz eine Regenerierungszeit. Und dann habe ich hier wenigstens zwei. Ja, das hat nicht wirklich einen gefunden. Achso, Expelliarmus, ja. Aua. Ey! Sie sind wirklich hartnäckig. Boah, heftig. Heftig. Also die greifen in der Intention an. Das ist schon anders. Die Kämpfe werden schwieriger, Leute. Ja. Manfänger. Insenio. Raucht der Tod? Cooler Loot? Oh, war das der letzte? Ich dachte, da waren noch zwei. Okay. Heu, 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 heu. Also in dem Grab, das war jetzt die erste Welle, Leute, von wahrscheinlich noch zwei oder drei. Die erste Welle von diesen Halbtoten haben wir auf jeden Fall besiegt. Nächstes Mal soll es dann weitergehen. Und ja, das war es mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen um 17 Uhr wieder ein. Denn da geht es weiter in dieser dunklen Höhle. Und ich hoffe, wir finden dann den Helm. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis dann und tschau. Bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal.